Sauerampfer einpflanzen, pflegen, was kann ich damit machen? Alle diese Informationen bekommst du von mir auf diesem Video. Wenn dich das interessiert, dann klicke einfach rein, lass ein Abo da und du erfährst alles über den Sauerampfer. Und abonniere auch den kostenlosen Kanal ZUSCH im Garten, wenn dich Gartenvideos interessieren.